Lernen und Lehren bedeutet, auf unterschiedlichste Materialien, sogenannte Medien oder Ressourcen, zurückzugreifen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Lehr- und Lernmedien oder Lehr- und Lernressourcen. Beide begriffsbare meinen dabei Mittel, mit denen gelehrt oder gelernt werden kann. Wir unterscheiden also zwischen drei Elementen. Was wird gelernt und gelehrt? Also landläufig der Lehr- oder Lernstoff. Wie wird gelehrt oder gelernt? Also die angewandten Methoden. Und schließlich MoMIT wird gelernt oder gelehrt? Also Medien, Ressourcen und Hilfsmittel, die in diesen Prozessen zum Einsatz kommen. Im MOOC Lernen im Netz 2.0 Lernen in einer digitalen Gesellschaft, für den dieses Video produziert wurde, wurde bereits erläutert, welcher Zusammenhang zwischen dem Lehren und dem Lernen besteht und welche Methoden hier zur Anwendung finden können. Wir erinnern uns, nicht jedes Lehren führt auch zu Lernen. Nicht jedes Lernen ist von Lehren abhängig. Wir haben auch schon gesehen, dass es unterschiedliche Lehr- und Lernmedien gibt und was Medien eigentlich sind. Das Was, also die stoffliche Ebene, ist dabei so individuell, dass sie nicht weiter betrachtet wird. Schließlich lässt sich alles irgendwie lernen, um es auf dieser Ebene zu sehen, egal ob es sich um Faktenwissen handelt oder um prozedurales Wissen, wie das Falten in Origami-Technik. In dieser Woche blicken wir noch einmal auf die Lehr- und Lernmedien und ihre Ausgestaltung im Besonderen. Praxis und Erfahrung zeigen uns, dass beim Lehren und beim Lernen oftmals Materialien verwendet werden, die urheberrechtlich betrachtet so gar nicht verwendet werden dürften. Man erinnere sich an die eine zum Urheberrecht. Die digitale Kopie und Veröffentlichung eines Schulbuchs oder von Teilen eines Schulbuchs ist beispielsweise von zersagt. Es dürfen folglich keine Texte oder Bilder gescannt oder weiterverwendet werden, ohne die Erlaubnis des Schulbuchverlags eingeholt zu haben. Hier greift die Unterscheidung zwischen Lehr- und Unterrichtssituation und wissenschaftlichem Kontext. Das Zitatrecht hilft uns beim Lehren und Lernen nicht weiter. Will man als Lernender oder als Lehrende eigene Materialien erstellen, wird die Suche nach Quellen oftmals mühsam. Nach Inhalten zu googeln, bringt zwar sicherlich zahlreiche Treffer, die meisten davon jedoch wahrscheinlich urheberrechtlich geschützt und zwar in einem Maße, dass man sie nicht weiterverwenden darf, ohne eben das Einverständnis der Urheberin oder des Urhebers einzuholen. Doch wer ist eigentlich der Urheber oder die Urheberin? Als Ausweg aus dieser Situation sieht sich die OER-Bewegung, die Bewegung der Open Educational Resources, der offenen Bildungsressourcen oder Bildungsmaterialien, um den deutschen Begriff zu verwenden. Was sind nun diese freien Bildungsressourcen? Schauen wir uns die einzelnen Bestandteile des englischen Begriffs genauer an. Educational Resources lassen sich rasch abhandeln. Es sind Materialien, die zu formalen oder informellen Lernzwecken oder auch zu Lehrzwecken, also allgemein zu Bildungszwecken eingesetzt und verwendet werden. Sie sind allerdings auch Open. Was genau unter diesem Attribut zu verstehen ist, ist nicht so einfach zu beschreiben. Open kann als frei zugänglich verstanden werden. Es kann aber auch als kostenfrei verstanden werden. Idealerweise meint die Offenheit auch die Möglichkeit, die Materialien nicht nur zu verwenden, also den Reuse, sondern auch zu modifizieren, den Remix und anzupassen, die Rework. Diese drei R, also Reuse, Remix und Rework, sind also im Openness-Gedanken zusammengefasst. Dieser hat einige Vorteile. So können die Materialien durch das Wissen vieler nicht nur angereichert, sondern gleichzeitig auch aktualisiert werden. Durch die digitale Erscheinungsform lässt sich das Rework schnell durchführen. Eine gewisse Qualitätssicherung findet durch die Community statt und der herkömmliche Produktionsweg eines gedruckten Buchs, der eine Zeit lang dauert, entfällt. Diese weitere Verbreitung kann zu einer gesteigerten Reputation der Erstellerin oder des Erstellers und all jener, die die Materialien remixen, führen. Und auch für die Konsumierenden ergibt sich der zumindest theoretische Vorteil einer Chancengleichheit. Sie erhalten offenen Zugriff auf kostengünstige oder sogar kostenfreie, aktuelle, verwendbare Materialien zum Lernen und Lehren. Da man nun aber auf sein Urheberrecht nicht so leicht verzichten kann und es mühsam scheint, wenn man ständig Anfragen bekommt, ob die eigenen Materialien von Dritten verwendet werden dürfen, behilft man sich sogenannte Jedermann-Lizenzen, um genau zu kommunizieren, was mit den erstellten Materialien unter welchen Bedingungen gemacht werden darf. Man versieht seine Materialien mit sogenannten Creative Commons Lizenzen, die gerne mit CC abgekürzt werden. Creative Commons ist eine gemeinnützige Organisation, die vorgefertigte Nutzungslizenzen anbietet, die regeln, was unter welchen Bedingungen mit Materialien gemacht werden darf oder kann. Diese Lizenzen bestehen aus unterschiedlichen Partikeln, also Grundbedingungen. CC steht für Creative Commons. Buy steht für das englische Buy auf Deutsch von und meint, dass man den Namen des Urhebers oder der Urheberin in unmittelbarer Nähe zur verwendeten Ressource nennen muss. ND meint no Derivatives. Es dürfen keine Bearbeitungen oder Veränderungen der Ressource vorgenommen werden. Der Reuse ist erlaubt, jedoch nicht der Remix oder die Rework. NC meint non-commercial und schränkt den Nutzungskontext, also den Reuse ein. Ich darf die Ressource nur nicht kommerziell nutzen. SA schließlich meint share alike und definiert, dass ich mit den Materialien anderer erstellten Ressourcen unter den gleichen Bedingungen weitergeben muss. Diese einzelnen Grundbedingungen können nun miteinander kombiniert werden, was zu den einzelnen bereits genannten vorgefertigten Nutzungslizenzen führt, die auf der Seite der Creative Commons Organisation angeführt und erklärt werden. Man unterscheidet sechs unterschiedliche Lizenzen, wobei die Basis immer das CC-Buy, also die Namensnennung des Urhebers oder der Urheberin bildet. CC-Buy. Derartig lizenzierte Materialien dürfen kommerziell und nicht kommerziell verwendet und auch verändert werden. Verwende ich sie, dann kann ich die fertigen Materialien unter eine beliebige CC-Lizenz stellen, muss aber nicht. Lediglich der Name des Urhebers bzw. der Urheberin, die Quelle und der Lizenztext sind hier anzugeben. CC-Buy. SA. Erstellt man mit derart lizenzierten Materialien neue Materialien müssen diese unter gleichen Bedingungen weitergegeben werden. Das heißt, sie dürfen unter keiner restriktiveren Lizenz weitergegeben werden. CC-Buy-ND. Eine Veränderung der Materialien ist nicht erlaubt. CC-Buy-NC. Eine kommerzielle Nutzung ist nicht erlaubt. CC-Buy-NC-ND. Die Materialien dürfen weder kommerziell genutzt noch bearbeitet werden. CC-Buy-NC-SA. Die Materialien dürfen nicht kommerziell genutzt werden und müssen unter gleichen Bedingungen weitergegeben werden. Für alle diese Lizenzen gilt die Pflicht der Namensnennung. Zusätzlich müssen die Originalquelle und der Lizenztext verlinkt werden. Es gibt jedoch eine weitere Lizenz, die auch auf die Namensnennung verzichtet. CC-0, oftmals auch als Public Domain bezeichnet. Hierzu zählen Materialien, deren urheberrechtlicher Schutz abgelaufen ist und eben Materialien, denen die CC-0 Lizenz verliehen wurde. Bei diesen entfällt somit auch die Namensnennung. Will man nun eigene Open Educational Resources erstellen und dabei remixen, also Materialien Dritter verwenden, so gilt die folgende Faustregel. Will ich meine Materialien unter eine CC-Lizenz stellen, darf ich nur Materialien dafür verwenden, die die gleiche oder eine offenere Lizenz tragen. Man muss also beim Remixen der Lizenzen aufpassen. Einige Begriffe sollen hier zum Abschluss noch genannt werden, weil sie im Kontext der Openness-Bewegung stehen. Open Access. Hierunter versteht man den Aspekt der Veröffentlichung von Materialien, die allgemein und nicht nur einzelnen Personen zugänglich sind. Wissenschaftliche Texte oder auch Open Educational Resources, also Lehr- und Lernmaterialien, können dabei auf dem Greenway oder dem Goldenway publiziert und zugänglich gemacht werden. Der Goldenway meint, dass die Materialien direkt Open Access publiziert werden, also schon in der Erstveröffentlichung, zum Beispiel in einem der vielen Open Access-Journale. Der Greenway meint, dass erst eine Zeitveröffentlichung auf Wege des Open Access passiert. Diese kann dann zeitgleich oder zeitversetzt geschehen. Wenn man einen Blick in das Directory of Open Access Journals blickt, so sieht man das Ausmaß der Bewegung. Knapp 9000 Journals mit fast 2 Millionen Artikeln aus zur Zeit, Stand Mai 2016, 129 Ländern sind hier gelistet. Open Source. Dieser Begriff bezieht sich auf Software, die Quell offen zur Verfügung gestellt wird. Darunter versteht man den Umstand, dass Dritte den Quellcode eines Programms einsehen und weiterentwickeln können. Open Educational Practices. Unter diesem Begriff wird auf Ebene des Lehrens verstanden, dass im Lehrprozess auf offene Technologien und Open Educational Resources zurückgegriffen wird. Ziel sind kollaborativ und somit flexiblere Lernprozesse, die unter anderem die Chancengleichheit beim Lernen fokussieren. Weiters meint diese Bewegung auch die offene und freie Weitergabe von Unterrichtsmethoden, Konzepten und Settings. Massive Open Online Courses. Hierunter versteht man Online Kurse, die eine große Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufweisen und wiederum Open, also offen, frei zugänglich und oftmals auch kostenlos konzipiert sind. Diesem Phänomen widmet sich jedoch eine eigene Kurswoche. Bleiben Sie also dran! 4 1 5 5 6 6 8 10 10 11 11 12 8 11 12 Vielen Dank.